Ying Ruoheng war ein chinesischer Übersetzer, Film- und Theaterschauspieler und Politiker. Biografie Ying wurde in eine einflussreiche chinesische Familie hineingeboren. Sein Großvater, Vincenzius Ying, war 1902 Gründer der Tageszeitung Takung Pao und 1924 einer der zahlreichen Universitäten von Peking. Yings Vater war Englischprofessor und lehrte in Peking. Ying wuchs in einem Palast der Manchurei auf und wuchs sowohl mit chinesischen als auch mit westlichen Werten auf. Als 1937 der Krieg Chinas gegen Japan ausbrach, musste die Familie Ying fliehen. Sein Vater wurde zweimal interniert und musste, um sich frei zu kaufen, viel Geld aufbringen. Ying wurde während seiner Jugend sowohl von der Mittelschule, aber auch von einer Missionarschule in Tianjin geworfen. Die Schauspielerei war seine einzige Leidenschaft. 1946 bis 1950 studierte Ying westliche Literatur an der Tsinghua Universität, wo er Mitglied einer Theatergruppe war. Hier machte er auch die Bekanntschaft mit W. U. Shillian, die er 1949 heiratete. 1949 sah er seinen Vater zum letzten Mal, der wegen des Taiwan-Konflikts in einem letzten Flugzeug nach Taiwan ausgeflogen wurde. Bis 1952 blieb der Kontakt in Briefen noch aufrecht, bis dieser abbrach. Später erfuhr Ying, dass sein Vater 1969 verstorben war. 1950 traten Ying wie auch seine Frau dem Pekinger Theater des Volkes bei dem bald darauf bekanntesten in China. 1958 feierte Ying mit L. A. O. Shis Theaterstück T. House Premiere, das sein bekanntestes Stück werden sollte. 1964 debütierte Ying als Schauspieler auch vor der Kamera. In Bei Quien der Aifu verkörperte er den Sekretär des kanadischen Arztes Norman Bethune. Der Film fiel jedoch der Zensur von Yang Kuing zum Opfer. Daher fand die Premiere erst 1977 statt. 1968 wurde das Ehepaar Ying verhaftet. Die beiden bekannten Opfer der Kulturrevolution mussten drei Jahre im Gefängnis verbringen. Selbst ihre beiden Kinder fielen den Repressalien zum Opfer. Ihre Tochter Ying Xiaole wurde in ein Zwangsarbeitslager in die Innere Mongolei geschickt. Ihr Sohn Ying Da, zu diesem Zeitpunkt T. erst acht Jahre alt, wurde sich selbst überlassen und musste betteln gehen. Erst 1976 nach Ende der Revolution begann sich das Leben der Yings zu normalisieren. Mit seinem Stück Tee House, welches es 1978 Uhr aufführte, begann er sogar eine Welttournee, die ihn nach Westdeutschland, Frankreich und die Schweiz und zuletzt nach Großbritannien und die USA führte. Das Stück, obwohl in Chinesisch gespielt, wurde ein überragender Erfolg. Ying, der fließend Englisch sprach, begann Stücke von Shakespeare ins Chinesische zu übersetzen und machte diese in seiner Heimat bekannt. Auch begann er Stücke zu inszenieren, so unter anderem an der University of Missouri in Kansas City, wo er 1982 als Gastprofessor tätig war. 1982 nach 18 Jahren Pause stand er in Marco Polo einer vierteiligen Miniserie als Kublai Khan erneut vor der Kamera. Er sollte Ying zu internationaler Bekanntheit verhelfen. 1987 wirkte er in Bernardo Bartolucci's Der letzte Kaiser mit. 1986 wurde Ying überraschend zum Vizekulturminister ernannt und übte diese Funktion bis 1990 aus. Er verfügte unter anderem, dass Politik zwar kritisieren dürfe, aber nie Theaterstücke zensieren. Während dieser Zeit 1988 starb seine Frau. 1993 stand er zum letzten Mal vor der Kamera als Norbulama in Little Buddha. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass er als Chinese ein Tibeter verkörperte und selbst vom Dalai Lama für seine Performance gelobt wurde. Ying, der die letzten Jahre zurückgezogen lebte, starb an seinem 74. Geburtstag an Leberversagen Übersetzungen Englisch-Chinesisch Ruh och eng Ming Uyikong Zong du o du weifanichuban gong si Beijing 1999 99